Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Sons of the Forest hier bei BNB Games TV mit eurem Beaver. Viel Spaß! Ah, fuck, ich muss doch wieder nach oben. Oh, wie schön's jetzt. Hm. Ja, ist wieder in der Höhle, ne? Ach ja, stimmt. Hier war ja gleich der Eingang. Und, komm ich rein? Komm ich rein, komm ich rein? Ja, ich komm mal hin. Kommst du da hin, kannst du da ausgucken. Oha, das geht hier ab. Da rukelt er sich aber einen zurecht. Wolle ich das denn? Ach du grüne neue Meerenstockwerke. Und hier geht's unter Wasser, oder was? Aber hier geht's nicht weiter. Okay, also hier ist eingestuft, dann geht's nicht weiter. Gut zu wissen. Na, wo sind die Babys? Ich weiß genau, sie sind da. Okay, jede Menge zu essen. Aber das können wir uns halt mal hinterfragen. Will ich nochmal kurz speichern, würde ich sagen. Ich gucke auf so einen gefließten Boden, stellt das natürlich sofort aus. Da kennt er ja nix. Lass mal ein paar Präsidien drin sein hier. Essen, essen, essen. Ich hab echt Panik, was hier unten kommt. Oh, meine Ohr, ich will keine Uhr, ich will keine Messie, ich will batterieren. Okay, was? Okay. Jetzt hab ich ein bisschen Panik. Ich glaube gleich... Von hinten kommt wahrscheinlich gleich irgendwie... ...n Typ mit Schweinemaske oder ne Olle. Und dann bin ich direkt in... ...Schicksalhaus geheim verschickt gelandet. Guck dir den an! Was machst du denn hier? Weil der ist ja voll drollig, ne? Oh, shit, ich hab ihn umgekippt. Noch nicht, kommt der sich hier unten. Ich kann ja nicht mal aufnehmen, das ist ja voll fies. Ich dachte, die kann ich vielleicht mitnehmen für unsere Kleine. So ein Mist. Oh, oh. Schande. Ich hör schon was. Da geht's nicht weiter. Oh, diese dunklen Abstände, die das lichtförmlich verschlucken. Das ist echt furchtbar. Die ist auch zu, okay. Oh, hier hat sie gewohnt. Guck mal, das sind die beiden Schuhe. Das ist ihr Zimmer hier. Hier wisst ihr nicht mal. Mann, ist das ein Fernseher? Alter, Vater. Aber das hätte ich lieb genannt. Ich schlaf hier sogar speichern, das finde ich gut. Deswegen hoppelt sie die ganze Zeit immer auf ihren Zehenspitzen durch die Gegend. Das sieht eher wie der Fernseher aus. Aber was ist das denn hier? Ein Beobachtungsfenster? Entspannend. Es ist fast ein bisschen schade, dass man keine Ahnungspunkte findet. Obwohl, es könnte natürlich sein, dass es eigentlich so gedacht ist, dass sie vielleicht sogar mitkommt. Frisch gewischt. Toll. Okay, das war definitiv mal das Apartment von unserem Millionär. Ja, seiner Familie, ja. Würde ich jetzt mal schwer vermuten. Ja, das kann sein, ja. So eine Ballettstange, die hat aber noch gefehlt. Oder war das eine Ballettstange? Hab ich die nicht gesehen, vielleicht? Bin ich jetzt hier im Marmont-Pub als Mutantentrip? Oh, guck mal da. So eine Ballettstange. Ich schwöre. Foto-Monitor? Oh. Ich hab Angst, dass dahinter was ist. Hab ich hier durch? Was wäre jetzt richtig geil gewesen, wenn der Vorhand weggegangen wäre. Oh, da. Ach, das war der Stuhl. Hier, was war man da? So, lass ihn jetzt wieder. Okay. Alles klar, ein 3er-Buch hat offensichtlich nicht wirklich geholfen. Ob das denn ist? Ich guck gleich mal. Ich hab so ein bisschen Angst, dass er anfängt wieder umzusammeln, welche zu nehmen. Oh, die Zürich. Das finde ich nicht mehr. Das ist ein Schatzgefühl, das ist mein Leben. Also Klappe. Die Bananen sind immer gut. Haben wir gebraucht. Hab ich schon alle Monis gebaut? Ja. Geiler Monitor, oder? So, wir hängen hier. Ach, nur einer von den Bauarbeitern. Ich dachte schon, wer wichtig ist. Kann ich mich hier hinsetzen? Aber die Regale sind so heute leer, ne? Sieht noch nicht wirklich nach Willkommen zu Hause aus. Boah, wer will sowas nicht gerne haben? Jetzt mal ernsthaft. Hier so einen schönen Stubenkamin? Das ist ja super cool. Hat sich's echt gut gehen lassen hier. Ich irritiere mich ein bisschen, dass ich hier noch auf nichts getroffen bin bis jetzt. Das macht mir ein bisschen arnig. Born kommt nämlich der Heißen zum Schluss. Ich kann ja auch noch mal speichern. Sehr schön. Ich speichere hier in jedem Bett. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt falsch angehört hat, aber... Das Licht da. Au, au, au. Da geht's ja schon los. Alles klar. Wenn ich das bloß einziffern könnte, lauten. Also, auf jeden Fall geht's hier... Ein Wecker? Weißt ihr das? Sind das die Stühle? Ne, oder? Ich glaube, ich sollte mir erst die Stromplinte besuchen, bevor ich hier weitergehe. Hier liegt so viel Stromplintenmunition rum, das muss ein Grund haben. Davon kannst du rausgehen, ja. Und hier sind sie reingekommen. Durchs Bad. Da sind die Familie überfallen. Die Schweine. Alter, guck dich, das weiß ich das. So, Schatz. Ich hab Deko-Vorschläge. Jetzt müssen wir aber die Wohnung erstmal umbauen. Das heißt, wir müssen die Nachbarwohnung mit integrieren. Ah. Kann ich das schon? Ne. Fiegt mir den Handabdruck. Beziehungsweise der Arm. Und den brauch ich wohl erst noch. Sonst komm ich hier nicht weiter. Da fehlt uns dieses Relikt nämlich mal an oder sowas. Oder der Arm von der Kleinen. Das könnte auch sein. Ich bin der Meinung, wir müssen hierher gehen, wenn wir mit ihr in der Geschichte noch ein bisschen weiter sind. Aber cool. Super cool. 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 Das sieht so aus, als ob ich da in der Bahn noch im Raum bin. Wo das nur der Spiegel hat. Fällt ja alles. Ach, ich würde der Kleinen so gerne den Hasen mitnehmen. Die scheint aber auch so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, schräg drauf gewesen zu sein. Naja. Der heilige Speckwürfel. Das dreht sich alles mit diesem komischen Würfel auf den Bildern. Wollte uns das Angst machen? Ich glaube, nein. Na gut. Okay. Mehr gibt es hier erstmal nicht zu sehen, so wie es aussieht. Hier ging es auch nicht weiter. Achso, das ist halt tüchtig im Zimmer. Nach draußen kommen wir nach vorne oder irgendwo. Ja, hier. Dieser Hase hier ist mit der Lampe, das ist echt geil. Das ist halt nicht so, wie es aussieht. Außen Nacht, das ist schwierig, das ist schwierig. Gut, dann waren wir hier auch drin, dann gehts jetzt gleich weiter um die, achso, ich brauche nicht mal den Stock hinstellen, kann ich schon speichern, ist ja geil, ja, das sieht nach morgen aus. Uh, was für ein heller Morgen. So, dann haben wir die Tür auch, dann gehts da hinten hin. Und da unten ist der Anwegersteg, deshalb auch die Wohnanlage hier drunter drückt. Ach, das ist eine Patrouille. Die muss uns nicht weiter interessieren. Ich weiß gar nicht, wohin in der Röhne war ich auch nicht drin, glaub ich. Da wollte ich ja erst rein im Winter. Aber dann hatte ich ja festgestellt, dass mir das definitiv zu gefährlich ist. noch. Wenn ich das alles so saugisch in die Ecke schmeiße, das ist viel spannend. Warte Gott, da oben steht jetzt auch in der Höhe. Aber auf Höhlen hab ich heute kein Bock mehr. Ausgerechnet so ein Fettbörner. Jetzt läuft die Patrouille. Okay, da ist noch einer. Der sollte mich bloß abdenken, der Dicke. So, so. Ich hab leider keine Zeit mit euch zu spielen. Und dann, wenn du ein bisschen. Ich hab leider keine Zeit mit euch zu spielen. Ist der Berg auf der Insel? Das ist ja cool. Wir sind angucken. Ich bin voll. Was für ein Wasserfall. 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 Was ist das? Okay, ist ja gut. So. Aber den muss ich hier dran nehmen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge von Sons of the Forest angekommen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst doch gerne ein Like, ein Follow, aber auch ein Abo da. Darüber würden wir uns sehr freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!